Und was hast du beim beiden Gründling also gemacht? Erzähl mal. Ja, das erzähl ich dir mal. Okay, mal ein anderes Mal. Und was hast du so schön gemacht? Also, ich war Besuche Nidda. Ja, ich war. Und wieder Besuche Nidda. Und, ja, eingekauft und, ja, Haushalt. So, jetzt geben wir noch uns vielleicht eventuell noch ein... Darf ich noch was sagen eigentlich beim Video? Egal. 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 Hirschen holen. Schadet. Was hast du denn da für ein Handy? Samsung Galaxy J7 Serie. Das hat jetzt den letzten Monat, sogar im 1. Juli, äh, im Juni Update bekommen. Auf Pi jetzt so. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also, manche denken, ist da für mich gewöhnungsbedürftig zwar, aber... Aber, geht. Schon cool. So macht das viel mehr Spaß, als wenn du allein da rumläufst, ne? Richtig, das stimmt. Das wird viel lustiger, das stimmt, als allein. Und auch unterhaltsamer. Ich rechne in die Kamera hinein. Ich auch. Ich auch. Ich will auch in die Kamera gerne hinein. So. Wo gehen wir jetzt hin? Zum Rewe, ne? Zum Rewe. So ist der Plan. Wo ist der Plan? Boah, Diesel. Wie groß werden bei dir die Filme ungefähr? Das ist verschieden. Mal ein paar Minuten, mal eine halbe Stunde. Das ist verschieden halt eben. Ja, äh, die Größe, ne? Also, also in Megabyte, ach so. Genau. Mal ein paar Megabyte, manchmal ein Gigabyte-Bereich. Also, ich kenne die Seite, da kannst du, äh, große Bilddateien verschicken, oder Videodateien. Cool, okay. Und dann zeig ich dir mal, äh, wenn ich daheim bin. Schick dir das nochmal an den Link. Okay, gern. Und dann schickst du mir dieses Video hier. Das bist ein Vergnügen. Auch mal zu mir rüber. Gerne doch. Alles klar. Ja. Ja. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Ich hab gesehen, du hast gestern Abend und gestern Nacht... Ja. Hast du Videos hochgeladen. Ja, stimmt. Übernachtig. Übernachtig. Genau. Um zwei Uhr kommt eine E-Mail von dem, weil ich die Glocke aktiviert hab. Ach, so soll das sein. So soll das sein. Ja, weißt du, man soll da schnell nach, äh, die Videos laden, hochladen, damit ich... Bismarckstein. Bismarckstein, Nidda, Bad Salzhausen, ja, weißt du. Genau, da hast du dich auch vertippt. Bad Salzhausen, du hast, äh, irgendwas mit Saalhausen. Ja. Ich weiß nicht. Kein Buchstabe, wenn es verdreht. Kann passieren. Musst du mal gucken. Ja. Nicht so schlimm. So, jetzt sind wir ja fast da. Auf jeden Fall, weißt du, das Singen schon früher gemacht, damit ich halt eben, weißt du, das Singen schon hoch, das Singen auch nachts hochgeladen hab, damit ich wieder, das vom Handy wieder weggradieren konnte. Und wegen Speicherplatz. Ganz clever von dir. Oh. Ja, genau. Ja. Weil, wenn man es wie hochladen tut, wird auf dem Server vom Googler gespeichert. Ja. Also, passt schon. Die Leute gucken alle, die hier vorbeifahren und laufen. Auch. Ist auch so schön. Schon unser, ähm, wie sagt man da, Außenpublikum. Ja. Na, mal gucken grad. Guck, guck. Hast du drauf geduldet, ja? Ja, hab ich. Jetzt. Juhu. Bin ja froh, dass auch Wetter mitspielt. Genau. Obwohl, ich hab gelesen, wir haben 0% Regenwahrscheinlichkeit. Aber wenn man hier den Himmel so anguckt, könnte es doch jeden Moment noch kommen. Ich hab ne Sonnenbrille auf, du nicht. Mach doch nix. Ja, ich seh so. Jedem, wie es gefällt. Leben und leben lassen. Genau. Hab von meinem Papa übernommen. Ja, schön. Mich macht der Larry immer so. Zeig mal hoch. Stimmt. Und dann haben wir hier ein neues Geschäft namens Futterhaus. Und, jo. All diese Menggrüße. Und, jo. So, ich würd sagen, wir machen mal Stopp mit dem Video, oder? Ähm, ne, ich mach, ne, ich mach nicht. Erst, ähm, vorm Rewe. Vorm Rewe. Vorm Rewe. Ist ein Stopp. Weil man gleich da, wenn man will, anknüpfen kann. Oder, mal gucken. Oder, mach mal sehen an dem. Stinken. Na, passt schon. Genau. Ach, ja. Jo, jo. So, erstmal von Rewe Parkplatz. Und dann gehen wir ins Rewe rennen. Sag mal einen schönen Gruß an die Tami. An die Tami. Also, liebe Grüße an die Tami. Und liebe Grüße an alle, die mich kennen. Und die mich kennen. Und die mich kennen. Und denkt dran. Und denkt dran. Kommentar. Kommentare. Und die Glocke. Und die Glocke aktivieren. Ja, genau. Das würde uns sehr freuen. Richtig. Richtig. So. Ausschalten. Und ab. Und wir sind raus. Ja. Hey, ho. Hey, ho. Da sind wir wieder. Sind wir wieder. Der Jens und der? Der Torque. Ja. Wie man so schön sagt, Amiga-Torque. Richtig. Aber nicht im Verwechsel mit Torch. Mit dem Internet-Browser. Prost. Prost, liebe Gemeinde. Jo. Ja, ja. So ist das. Wenn wir mal nicht fangen. Und ein Kokoma-Banane-Kern. Hört ein Glocke bei dir. Manchmal, ja. Klack, 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 klack. Wann? Hier könnte man Territur zurück. Okay. Wunder praktisch auch. Warten wir noch. Warten wir noch. Nach dem können wir gehen. Ja. Ja. Hm. Ich habe gehört, dass ein Papper in Rente gegangen ist. Jawohl. Mein Vater ist in Rente. Ja. Und wann war das? Letzte Woche. Letzte Woche. Okay. Und habt ihr das auch? Hat ihr schon eine Woche rum? Habt ihr das gefeiert auch und so? Nee, nee. Ja, an der Arbeit bei ihm selbst. Achso, na dann. Okay. Aber in der Familie halt nicht. Achso, na dann. Okay. Ja. Ich habe ja auch mit Matten drüber gesprochen. Der hat sich auch auf Facebook die Posts gesehen. Ah, okay. Weil die Stadtverwaltung Nitta hat auch eine Facebookseite. Mhm. Stimmt. Und da war mein Vater abgebildet. Ah, okay. Cool. Hat sich verdient gemacht. Genau. Ja, ich habe auch ein X-Quadrat getrunken. Das sind auch gutes Bier. Ja. 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 Hm, bitte hat jemand wieder Schleichwerbung gerufen. Schleichwerbung. Ja. Ja. Und am 11.7. hat mein Papa Geburtstag. Da können wir auch wieder feiern. Ja, geht auch wieder gut. Am Abend kommen auch wieder ein paar Gäste. Dann können wir Kaffee trinken. Dann, jo. Dann sehen wir, was noch so abgeht. Nach meinem Gelache komme ich mir vor wie Sheldon Cooper. Der hat nämlich gesagt, dieses Mal bin ich unter den Emoticons bin ich ein Doppelpunkt groß D. Oh, das ist doch lustig. Ja. Und wenn ich ein Emoji wäre, wäre ich ein lachendes Smiley. Lachendes Emoji. Ja, das ist Doppelpunkt groß D. Ist ja auch zum Lachen. Auch ein Lachsmiley. Lachemoji. Genau. So, haben wir es gleich geschafft. Dann sind wir bei mir. Jo. Genau. Aber du hast das im Griff mit dem Video drin, hm? Stimmt. Hab ich gut im Griff. Hat auch einen guten Lehrmeister. Ich finde es cool. Mein Hebeck rutscht. Naja. So, weißt du, wo wir hier sind, ja? Wir sind auf der Ecke Gärtnerei. Genau. Und auf deiner Ecke. Mehrfamilienhausecken mit ganz viel Mehrfamilienhäuser. Genau. So. Da vorne ist eine Ampel. Ja, okay. Geben wir die Ampel. So, ich muss nur sagen, wir verabschieden uns jetzt. Und so. Das ist der Jens. Und das ist der Tork. Und ich bin der Tork. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag und viel Spaß und viel Spaß und den Dingen frohe macht.